Und weiter geht's. Hier hatte ich alles. Jetzt jetzt hier in die vierte Welt. Du, 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 du. Okay. Oh, hier ist keine Münze mehr. Wie ärgerlich. Da war doch damals eine. Aha. Aha. Damit hätten wir ja die erste hier. Das war mehr Glück als Verstand. Das war wiederum mehr Verstand als Glück. Okay. Ich bin학 jung. Okay. Ich bin hier aber froh. dass ich den pilz hab Den lila pilz den will ich nicht Und alle drei münzen Wie ärgerlich Wie ärgerlich Ups Zwei münzen noch Bebebebebe Wuhu 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 So da ist ne lila box Und da ist ne große Münze War ja nicht so schwer Speichervorgang abgeschlossen Hundertzehn münzen Hundertzehn münzen Die hab ich glaub ich so grade eben Hundertsechzig Uh Ein Bowser schloss Na dann machen wir das doch Wuhu Wuhu Da ist Luigi In dreißig Sekunden Wuhu 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 Scheiß drauf Wuhu 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 Zwei Münzen Zwei Münzen hab ich schon Und da ist die dritte Zwei Münzen hab ich schon Und da ist die dritte Luigi Schaust du aus Luigi Ich hab andere Sorgen Hier ist ein Knochen dort Luigi Luigi Wuhu 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 errado Wuhu 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 Her Wuhu Wuhu 10 sekunden noch mal 10 sekunden 10 sekunden 50 sekunden ist das maximum, das ich haben darf? Das ist gemein, das ist gemein. Ja Luigi, halt dich fest. Tschüss Knochenbowser. Dönerst mich an die Typen aus Majora's Mask mit deinem Schaden übrigens, die beiden Geister, Legend of Zelda und so. Tschüssi. Schön, dass ich Luigi gerettet hab. Jetzt noch schnell die zwei Münzen nach Hause und dann hab ich hier alles gerettet. Schmerz ass. Du-du-du-du-du-du-du, du-du-du-du... Wahoo! Wahoo! Ah, unser Seyner. Speichervorgang abgeschlossen Du kannst nun als die Wer zur Hölle will als Luigi spielen? Das könnt ihr jetzt zu Hause machen, wenn ihr wollt Ich habe keinen Bock dazu Die Wolken sind am Weg Das war daran jetzt schwer An der ersten großen Munzer hier Wie wurde gesagt, die Spezialwelten seien schwer Jetzt das hier Mein einziger Weg mich tot zu kriegen ist meine eigene Dummheit Und zwar im Glück ist meine eigene Dummheit überragend Solange nun sollte eine weitere große Münze auftauchen Yay, das war die zweite Nicht weit genug gesprungen, im Ernst Das ist jetzt das, woran ich in jeder Welt sterbe Glückwunsch Ich bin total dumm Und in diesem Spiel recht schlecht Doch das ist mir recht Moin Im Gute Im Blatt George Sicher Gr 모든 Geht Quart Geht 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 Still Ich sprenne hier alles wieder, weil Mario das kann. Ah, da oben war die Münze. Man, das Spiel mir die Münze noch gleich geben, wenn sie mir sie so sehr zeigt. Ah, wie komme ich da hin? Ah, da oben war die Münze. Ah, da oben war die Münze. Alter! Ja, da oben war die Münze. Speichern, abgeschlossen. Auch noch ne Wasserwelt. So viel Spaß auf Zeitdruck zu spielen. Hm. Hm. Ist das die erste? Ja. 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 Ah, da hinten ist wieder eine. Und das war auch die zweite, ok. Wenn die dritte jetzt da unten war, dann muss ich halt noch mal in die Welt. das war jetzt nicht so schwer ok gespeichert und ich hätte mal gesagt wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin ciao